Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. So ein Rohrteil müssen wir noch verlegen, also noch hier herankommen. Ob das heißt. Mal gucken, Pedalsuchen, ob das ja. Ich bin immer gespannt, was wir dann machen müssen. Das muss ich bestimmt dann gleich wieder einschachteln, ich kenne das Prozedere, weil es nicht einfach ist. Dabei schräumen, genau das dachte ich mir nämlich, den Spaß im Schule einsetzen darf. 12 Stück diesmal. So, da müssen wir es auszuteilen. Gut, wir haben uns das weiter. So, unser Schiff. So. So. Hop. 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 So. Das war Rohr Nummer 1. Das war Nummer 2. Oh. 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 So, sieht gut aus. Oh. Ist schon höher. So, drunter, was verdrehen das Ding? Hoch. Ne, das wollen wir nicht. Oh, schön, ein paar Weilen noch mitnehmen. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie die Bapper dann alles kriegen. Ah, gar nichts. Jetzt haben wir noch ein bisschen Bodenkontakt. Mal gucken, ob wir den jetzt hier irgendwie auskriegen. Ja. Nein, doch nicht. Lass dich bloß nicht drehen. So eine blöde Zaun da vorbeikommt. Hammer. Mein Gott. Was ist denn Bagger hingegraben? Da ist das Land mehr. Nix, wenn die Masse nahe dran eimern. So, wo ist nichts vorliegen, wo wir hin müssen. Stopp. So, runter damit. Mit. Ne. Hier war es nochmal. Oh. Oh, train. Oh, train. Oh. Oh. Hier wird das Reich bis runter. Richtung drinnen. hat gereicht, wenn ich das nächste Stückchen Abstand halten zu dem Ding, um das Meter einbrechen. Sollte es passen. Stopp. So, Baumaterialien auspacken. Das hält doch hoch her irgendwie. So, packen wir aus den Spaß. Für Baumaterialien auspacken wir es noch, für Baumaterialien, achso. Das machen wir es in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Daimchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.